Lektion 1. Es ist wichtig, für unsere Work-Life-Balance verantwortlich zu sein. Anna, es ist wichtig, für unsere Work-Life-Balance verantwortlich zu sein. Absolut, John. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Manchmal ist es leicht, sich in der Arbeit zu verfangen und andere Aspekte unseres Lebens zu vernachlässigen. Du hast recht, John. Wir müssen Grenzen setzen und Selbstfürsorge priorisieren. Es geht darum, das Gleichgewicht zu findeln, das es uns ermöglicht, in beiden Bereichen hervorragende Leistungen zu erbringen. Einverstanden, John. Wenn wir auf uns selbst aufpassen, können wir auch bei unserer Arbeit bessere Leistungen erbringen. Und vergessen wir nicht, uns Zeit für die Dinge und Menschen zu nehmen, die wir außerhalb der Arbeit lieben. Absolut, John. Im Leben geht es um mehr als nur um unsere beruflichen Erfolge. Es geht darum, sinnvolle Verbindungen herzustellen und unsere Leidenschaften zu genießen. Das ist der Schlüssel, John. Lassen Sie uns zur Rechenschaft ziehen und uns um eine gesunde Work-Life-Balance bemühen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Pass auf dich auf und gib deinem Wohlbefinden Priorität. Wir sprechen bald mit dir. Pass auch auf dich auf, John. Ich wünsche Ihnen einen ausgeglichenen und erfüllenden Tag. Wir sehen uns später. Lektion 2. Hast du es geschafft, alles auf die Einkaufsliste zu bekommen? Anna, hast du es geschafft, alles auf die Einkaufsliste zu bekommen? Ja, John. Ich habe auch eine Gallone Milch und etwas Joghurt gekauft. Gute Arbeit, Anna. Die Milchprodukte werden uns so schnell nicht ausgehen. Das stimmt, John. Ich weiß, wie sehr du dein Müsli und deinen Joghurt genießt. Das hast du richtig, Anna. Das Frühstück ist die beste Mahlzeit des Tages. Es ist der Treibstoff, der unseren Morgen in Schwung bringt, John. Das geht nicht ohne. Absolut, Anna. Ich werde darauf achten, eine großzügige Menge Milch in meine Müsli-Schale zu gießen. Vergessen Sie nicht, etwas Joghurt hinzuzufügen, um eine besonders cremige und würzige Note zu erhalten. Du kennst mich gut, Anna. Ich mache daraus ein köstliches Frühstücksextravaganz. Genieß dein Milchfest, John. Und vergiss nicht, sie zu teilen, falls du noch etwas übrig hast. Das werde ich tun, Anna. Teilen bedeutet Fürsorge, besonders wenn es um Leckereien geht. Mach's gut, John. Und hab einen schönen Tag. Haha, in der Tat move los, Anna. Pass auch auf dich auf und bis bald. Wir sehen uns später, John. Möge dein Tag voller Milchprodukte fantastisch sein. Haha, danke, Anna. Wir sehen uns später. Lektion 3. Es ist heute glühend heiß. Wow, es ist heute glühend heiß, nicht wahr? Ja, John. Draußen ist es unerträglich heiß. Ich fühle mich, als würde ich unter der Sonne schmelzen. Ich weiß, was du meinst, John. Die Hitze ist intensiv. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach in einen Pool springen. Das wäre erfrischend, John. Ein Pool klingt wie ein Paradies. Wir könnten eine Poolparty veranstalten und gemeinsam der Hitze trotzen. Haha, das wäre eine lustige Art, sich abzukühlen, John. Stell dir das Plätschern und Lachen vor. Es klingt nach einem perfekten Sommertag, John. Lass uns dafür sorgen, dass es eines Tages passiert, Anna. Ziele für Poolpartys? Absolut, John. Rechnen Sie mit mir für die ultimative Poolescapade. Pass auf dich auf, Anna, und bleib bei diesem heißen Wetter hydratisiert. Bis bald! Pass auch auf dich auf, John. Bleib cool und hab einen fantastischen Tag. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Träum weiter von der Poolparty. Lektion 4 Wie war dein Schnorchelabenteuer? Anna, wie war dein Schnorchelabenteuer? Ja, John. Es war kristallklar unter Wasser. Das ist unglaublich, Anna. Was hast du gesehen? Ich habe so viele bunte Fische herumschwimmen sehen. Wow, das muss ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Das war es wirklich, John. Die Unterwasserschonheit der Natur ist faszinierend. Gibt es einen bestimmten Fisch, der ihre Aufmerksamkeit erregt hat? Ich habe einen lebendigen Clownfisch und einen majestätischen Kaiserfisch entdeckt. Das sind ikonische und wunderschöne Arten, Anna. Ich konnte meine Augen nicht von ihnen abwenden, John. Sie waren wie lebende Regenböden. Das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis, Anna. Das war es definitiv, John. Ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. Pass auf dich auf, Anna, und erkunde weiterhin die Wunder des Ozeans. Bis bald! Pass auch auf dich auf, John. Der Ozean hat so viel zu bieten. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Ich wünsche dir noch mehr unglaubliche Unterwasserabenteuer. Lektion 5 Haben Sie schon einmal Ferienwohnungen für Ihre Reisen ausprobiert? Anna, hast du schon einmal Ferienwohnungen für deine Reisen ausprobiert? Nicht wirklich, John. Normalerweise bleibe ich in Hotels oder Resorts. Ich verstehe, Anna. Sie können mehr Komfort und Annehmlichkeiten bieten. Genau, John. Außerdem mag ich das Gefühl, umsorgt zu werden. Das ergibt Sinn. Aber lass mich dir von diesem einen Mal erzählen, als... Oh, erzähl es, John. Ich bin ganz ohr für Ihre Geschichte mit Ferienwohnungen. Nun, wir haben einen Mietwagen gebucht, und als wir ankamen, stellte sich heraus, dass es sich um ein winziges Wohnmobil handelte. Das muss eine Überraschung gewesen sein, John. Wie hast du es geschafft? Es war definitiv ein Abenteuer, Anna. Wir mussten mit unseren platzsparenden Fähigkeiten kreativ werden. Ich kann mir die gemütliche, kompakte Wohnsituation nur vorstellen, John. Es war wie ein echtes Rätsel, Anna. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und hatten eine unvergessliche Reise. Danke, dass du dein Missgeschick mit der Ferienwohnung bist, heiter Erinnerung, John. John, mach's gut und bis bald. Pass auch auf dich auf, Anna. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Ich wünsche Ihnen eine reibungslose Reise, egal ob es sich um ein Hotel oder ein Wohnmobil handelt. Lektion 6 Kannst du mich zum Königspalast führen? Entschuldigung, können Sie mich zum Königspalast führen? Natürlich, John. Es ist nur ein paar Blocks von hier entfernt. Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Du bist willkommen, John. Genießen Sie Ihren Besuch im Königspalast. Das werde ich, Anna. Ich freue mich darauf, seine Pracht zu erkunden. Es ist ein herrlicher Anblick, John. Vergiss deine Kamera nicht. Guter Punkt, Anna. Ich werde die Schönheit des Palastes einfangen. Hab eine wundervolle Zeit, John. Mach viele Fotos. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Kein Problem, John. Genießen Sie Ihren Besuch und passen Sie auf sich auf. Das werde ich, Anna. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Lektion 7 An welchen Funktionen eines Kühlschranks sind Sie interessiert? Anna, welche Funktionen interessieren dich für einen Kühlschrank? Ich will einen Kühlschrank mit Gefrierfach, John. Das ist eine praktische Entscheidung, Anna. Das bietet Stauraum für Tiefkühlprodukte. Genau, John. Es wird praktisch sein, um Eiscreme und gefrorenes Gemüse aufzubewahren. Vergiss nicht, Eiswürfel zu machen, Anna. Perfekt für gekühlte Getränke. Oh, auf jeden Fall, John. Eiswürfel sind unverzichtbar für erfrischende Getränke. Gibt es weitere Funktionen, die Sie für Ihren idealen Kühlschrank in Betracht ziehen? Energieeffizienz ist wichtig, John. Ich möchte Strom sparen. Das ist eine kluge Wahl, Anna. Das kommt sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geldbeutel zugute. Absolut, John. Wir sollten immer nach umweltfreundlichen Optionen streben. Einverstanden, Anna. Ein Kühlschrank, der Lebensmittel länger frisch hält, wäre auch toll. Ja, das ist ein Muss, John. Keine verschwendeten Lebensmittel mehr. Nun, Anna, ich hoffe, du findest den perfekten Kühlschrank mit allen Funktionen, die du dir wünschst. Danke, John. Ich werde weiter suchen. Mach's gut und bis bald. Pass auch auf dich auf, Anna. Viel Glück bei deiner Kühlschrank-Suche. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Lektion 8. Ich wollte schon immer Yoga ausprobieren. Anna, ich wollte schon immer Yoga ausprobieren. Irgendwelche Empfehlungen für Anfänger? Absolut, John. Ich schlage vor, mit einem sanften Hatha-Yoga-Kurs zu beginnen. Was macht Hatha-Yoga zu einer guten Wahl für Anfänger? Hatha-Yoga konzentriert sich auf grundlegende Posen und Atemtechniken und ist daher anfängerfreundlich. Das klingt perfekt, Anna. Das klingt perfekt, Anna. Wo finde ich Hatha-Yoga-Kurse? Viele lokale Yoga-Studios bieten Hatha-Yoga-Kurse an. Sie können auch Online-Tutorials ausprobieren. Gut zu wissen, Anna. Ich werde beide Optionen prüfen und sehen, was für mich funktioniert. Das ist ein großartiger Plan, John. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören und in Ihrem eigenen Tempo zu gehen. Das werde ich tun, Anna. Ich will mich am Anfang nicht zu sehr anstrengen. Das ist die richtige Einstellung, John. Beim Yoga geht es darum, das Gleichgewicht zu finden und die Reise zu genießen. Danke für den Rat, Anna. Ich freue mich auf dieses Yoga-Abenteuer. Du bist willkommen, John. Nehmen Sie die Praxis an und haben Sie Spaß damit. Das werde ich, Anna. Mach's gut und bis bald. Pass auch auf dich auf, John. Genieß deine Yoga-Reise. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Lektion 9. Hast du eine Lieblingsübung? Anna, das klingt vielfältig. Hast du eine Lieblingsübung? Ja, John. Gewicht heben macht mir am meisten Spaß. Das ist großartig, Anna. Das gibt dir das Gefühl, stark und gestärkt zu sein, nicht wahr? Absolut, John. Gewichte zu heben gibt mir ein Erfolgserlebnis. Ich verstehe warum, Anna. Es ist eine herausfordernde und lohnende Form der Übung. Außerdem hilft es beim Muskelaufbau und verbessert die allgemeine Körperkraft. Das stimmt, Anna. Gewicht heben hat zahlreiche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit. Definitiv, John. Es ist ein Komplettpaket für Fitnessbegeisterte. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, neben Gewicht heben auch andere Übungen auszuprobieren? Ja, John. Ich kombiniere es gerne mit einigen Cardio-Übungen wie Laufen oder Radfahren. Das ist eine großartige Kombination, Anna. Krafttraining und Cardio gehen Hand in Hand. Es hält das Training interessant und hilft mir, fit und voller Energie zu bleiben. Ich freue mich, dass du eine Fitnessroutine gefunden hast, die dir Spaß macht, Anna. Danke, John. Es ist wichtig herauszufinden, was für dich funktioniert und dich glücklich macht. Absolut, Anna. Pass auf dich auf und mach weiter so. Du auch, John. Bleib motiviert und hab einen fantastischen Tag. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Heben Sie weiter und erreichen Sie neue Höhen. Lektion 10. Wir müssen Lieferanten diversifizieren und Notfallpläne verwenden. Anna, in unserem Geschäft müssen wir die Lieferanten diversifizieren und Notfallpläne verwenden. Absolut, John. Es ist wichtig, Backup-Optionen zu haben und vorbereitet zu sein. Es hilft uns, Risiken zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, nicht wahr? Definitiv, John. Sich auf einen einzigen Lieferanten zu verlassen, kann riskant sein, wenn etwas schief geht. Es gibt uns auch die Möglichkeit, neue Partnerschaften zu schließen und unser Netzwerk zu erweitern. Ich stimme zu, Anna. Die Diversifizierung der Lieferanten kann zu neuen Möglichkeiten und besseren Angeboten führen. Außerdem bleiben wir dadurch anpassungsfähig und bereit für unerwartete Situationen. Es ist eine kluge Strategie, die uns helfen kann, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, John. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Lassen Sie uns weiter diversifizieren und vorausschauend planen. Klingt nach einem Plan, John. Gemeinsam werden wir den Erfolg unseres Unternehmens sicherstellen. Mach's gut, Anna, und mach weiter so. Du auch, John. Sorgen wir dafür, dass unser Geschäft floriert. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Diversifizieren Sie sich weiter und nutzen Sie neue Möglichkeiten. Lektion 11. Wie wichtig ist Körpersprache in der Kommunikation? Anna, wie wichtig ist Körpersprache in der Kommunikation? Es ist entscheidend, John. Körpersprache kann Selbstvertrauen vermitteln und unsere Interaktionen beeinflussen. Absolut, Anna. Es ist erstaunlich, wie viel ohne Worte kommuniziert werden kann. Nonverbale Hinweise wie Körperhaltung, Gästen- und Augenkontakt sprechen Bände, John. Sie können einen ersten Eindruck hinterlassen oder verderben, Anna. Selbstvertrauen ist der Schlüssel. Das stimmt, John. Eine starke und selbstbewusste Körpersprache kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist faszinierend, wie unsere Körpersprache beeinflussen kann, wie andere uns wahrnehmen. Definitiv, John. Es ist wichtig, dass wir uns unserer eigenen Körpersprache und ihrer Wirkung bewusst sind. Und es ist genauso wichtig, auf die Körpersprache anderer zu achten, Anna. Absolut, John. Es hilft uns, ihre Gefühle und Absichten besser zu verstehen. Denken wir daran, in unseren täglichen Interaktionen eine positive und offene Körpersprache zu verwenden, Anna. Einverstanden, John. Ein bisschen Bewusstsein kann viel zu einer effektiven Kommunikation beitragen. Pass auf dich auf, Anna, und strahle weiterhin Selbstvertrauen mit deiner Körpersprache aus. Du auch, John. Bringen wir unsere nonverbale Kommunikation zum Strahlen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Behalte die großartige Körpersprache und die positive Stimmung bei. Lektion 12. Ich freue mich über unsere neue Geschäftsstrategie. Anna, ich freue mich über unsere neue Geschäftsstrategie. Ich hoffe, es bringt uns großartige Ergebnisse. Ich auch, John. Es ist ein gut durchdachter Plan, der uns zum Erfolg führen kann. Absolut, Anna. Wir haben viel Mühe und Analyse hineingesteckt. Ich glaube, es wird sich auszahlen, John. Wir sind auf dem richtigen Weg. Positives Denken kann viel bewirken, Anna. Bleiben wir optimistisch. Und denken wir daran, anpassungsfähig zu bleiben und im Laufe der Zeit Anpassungen vorzunehmen. Das ist der Geist, John. Flexibilität ist der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass diese Strategie funktioniert und wir die Ergebnisse erzielen, die wir uns wünschen. Ich habe volles Vertrauen in unsere Fähigkeiten, John. Wir sind ein großartiges Team. Danke, Anna. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel. Lasst uns alles geben. Absolut, John. Wir haben das Lass uns das verwirklichen. Pass auf dich auf, Anna, und lass uns weiter an unserem Erfolg arbeiten. Du auch, John. Auf zu großartigen Ergebnissen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Lass die positive Energie fließen. Lektion 13. Kochst du? Anna, kochst du? Ja, John. Ja, ich koche gerne. Das ist großartig. Welche Art von Küche kochst du normalerweise? Ich koche hauptsächlich italienische Küche. Das ist köstlich, Anna. Ich liebe italienisches Essen. Was ist mit dir, John? Was für eine Küche kochst du? Ich mag eher asiatische Küche, besonders thailändische und japanische Gerichte. Das ist fantastisch, John. Asiatische Aromen sind so lebendig und lecker. Ich stimme zu, Anna. Ich stimme zu, Anna. Die Gewürze und Zutaten sorgen für erstaunliche Aromen. Wir sollten irgendwann Rezepte austauschen, John. Es könnte Spaß machen. Das klingt nach einer großartigen Idee, Anna. Ich bin bereit dafür. Lass uns eine Kochsession planen und gemeinsam neue Geschmacksrichtungen entdecken. Absolut, Anna. Es wird ein kulinarisches Abenteuer. Pass auf dich auf, John, und experimentiere weiter in der Küche. Du auch, Anna. Viel Spaß beim Kochen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Guten Appetit. Lektion 14. Konzentrieren wir uns gemeinsam auf die Gegenwart. Anna, ich freue mich, dass du hier bist. Konzentrieren wir uns gemeinsam auf die Gegenwart. Absolut, John. Der gegenwärtige Moment ist alles, was wir haben. Es ist leicht, sich in der Vergangenheit zu verfangen oder sich sorgen, um die Zukunft zu machen. Das stimmt, John. Aber präsent zu bleiben kann uns Frieden und Klarheit bringen. Wir können das Beste aus jedem Moment machen und das Leben in vollen Zügen erleben. Es geht darum, achtsam zu sein und zu schätzen, was gerade passiert. Genau, Anna. Lasst uns die Gegenwart annehmen und das Beste daraus machen. Und denk dran, wir machen das zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Das stimmt, Anna. Gemeinsam können wir uns allem stellen, was uns in den Weg kommt. Pass auf dich auf, John, und lass uns präsent und konzentriert bleiben. Du auch, Anna. Auf einen bedeutungsvollen und geschenkvollen Tag. Lektion 15, ich sorge dafür, dass wir alles Nötige haben. Anna, absolut. Ich werde dafür sorgen, dass wir alles Nötige haben. Das ist großartig, John. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Also, um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Treffen wir uns um neun Uhr. Funktioniert das für dich? Perfekt, Anna. Es ist neun Uhr morgens. Ich bringe die notwendigen Vorräte mit. Wir werden bereit sein. Danke, Anna. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt. Es ist mir ein Vergnügen, John. Wir sind ein gutes Team. Das tun wir auf jeden Fall, Anna. Lass uns die Dinge erledigen. Mach's gut, John, und bis bald. Du auch, Anna. Ich freue mich auf unser Treffen. Wir sehen uns bald. Es hängt davon ab, was wir erreichen müssen, John. Wir haben ein paar Aufgaben auf unserer Liste, aber nichts Überwältigendes. In diesem Fall sollten zwei Wochen ausreichen, John. Großartig! Ich werde dafür sorgen, dass wir organisiert und auf Kurs bleiben. Das ist ein kluger Ansatz, John. Planung ist der Schlüssel. Wir werden jede Aufgabe Schritt für Schritt angehen, Anna. Und vergiss nicht, Zeit für unerwartete Herausforderungen einzuplanen, John. Du hast recht, Anna. Flexibilität ist in unserem Zeitplan wichtig. Mit einem guten Zeitmanagement können wir diese zwei Wochen optimal nutzen. Absolut, Anna. Bleiben wir konzentriert und machen wir es möglich. Pass auf dich auf, John, und lass uns das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen. Du auch, Anna. Die Zeit ist auf unserer Seite. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Lasst uns dafür sorgen, dass diese zwei Wochen zählen. Lektion 17. Ich habe gehört, dass ein neuer Film herauskommt. Anna, ich habe gehört, dass ein neuer Film herauskommt. Willst du ihn zusammen ansehen? Ich schaue nach den Spielzeiten und hole die Tickets. Großartig! Ich bringe das Popcorn und die Snicks mit. Ich kann es kaum erwarten, den Film mit dir zu genießen, Anna. Ich auch, John. Es wird so viel Spaß machen. Wir werden viel Spaß haben, lachen und den Film genießen. Und danach besprechen wir unsere Lieblingsszenen, John. Das ist der beste Teil, Anna. Wir teilen unsere Gedanken und Meinungen. Mach's gut, John, und wir sehen uns im Theater. Du auch, Anna. Ich zähle die Tage runter. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort, John. Der Filmabend erwartet Sie. Lektion 18, willst du es zusammen ausprobieren? Anna, ich habe gehört, dass es in der Stadt eine neue Bäckerei namens Sweet Delicts gibt. Sie hat begeisterte Kritiken bekommen. Willst du es zusammen ausprobieren? Oh, auf jeden Fall, John. Ich habe mich schon lange nach frisch gebackenen Leckereien gesehnt. Lass uns dieses Wochenende gehen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich werde etwas über Ihre Speisekarte und Ihre Spezialitäten recherchieren. Tolle Idee, John. Mal sehen, welche köstlichen Leckereien Sie anbieten. Ich hoffe, Sie haben eine große Auswahl an Gebäck. Absolut, Anna. Ich freue mich besonders darauf, Ihre Croissants und Kuppkakes zu probieren. Was ist mit dir? Oh, ich liebe auch Croissants, John. Und Ihre Kuppkakes klingen göttlich. Aber ich freue mich auch auf Ihr hausgemachtes Brot. Ah, ja. Frisch gebackenes Brot ist immer ein Genuss. Wir sollten uns auf jeden Fall einen Leib zum Mitnehmen holen. Absolut, John. Ich kann mir schon vorstellen, welches Aroma unsere Küche erfüllt. Es wird himmlisch sein. Lassen Sie uns eine Liste unserer Artikel erstellen, die Sie unbedingt probieren müssen, Anna. Auf diese Weise werden wir keines Ihrer köstlichen Angebote verpassen. Gut gedacht, John. Wir würden keine köstlichen Leckereien übersehen wollen. Eine Liste wird uns auf dem Laufenden halten. Und wenn wir auf etwas Unerwartetes oder Einzigartiges stoßen, können wir es auch versuchen. Das alles ist Teil des Bäckerei-Abenteuers. Das stimmt, John. Wenn Sie über unsere ursprüngliche Liste hinausgehen, kann dies zu herrlichen Überraschungen führen. Es wird die Aufregung erhöhen. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke, Anna. Ich kann es kaum erwarten, mir leckeres Gebäck zu gönnen. Geduld, John, Geduld. Das Wochenende wird da sein, bevor wir es wissen. Bald werden wir diese süßen Köstlichkeiten genießen. Du hast recht, Anna. Die Zeit vergeht wie im Fluge und die Vorfreude macht es noch angenehmer. Das Warten wird sich lohnen. Mach's gut, John. Und wir sehen uns auf unserem Bäckerei-Ausflug. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Geschmacksknospen befriedigen. Du auch, Anna. Ich zähle die Tage runter. Wir sehen uns dann und gönnen uns ein unvergessliches Bäckerei-Erlebnis. Lektion 19 Kommunikation ist im Geschäftsleben von entscheidender Bedeutung. Anna, ich stimme voll und ganz zu. Kommunikation ist im Geschäftsleben von entscheidender Bedeutung. Es hilft, Missverständnisse zu vermeiden und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Das stimmt, John. Das fördert Zusammenarbeit und Effizienz. Effektive Kommunikation baut starke Beziehungen zu Kunden und Kollegen auf. Es stärkt das Vertrauen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Es ist wichtig, aktiv zuzuhören und Ideen klar auszudrücken. Aktives Zuhören fördert Verständnis und Empathie. Und es ist wichtig, dass unsere Botschaften präzise und respektvoll sind. Präzise und höfliche Kommunikation hinterlässt einen positiven Eindruck. Kommunikation beinhaltet auch nonverbale Hinweise wie Körpersprache. Stimmt, John. Nonverbale Signale können auch Botschaften vermitteln. Bemühen wir uns bei unserer Arbeit um eine offene und effektive Kommunikation. Einverstanden, John. Es ist eine wichtige Fähigkeit für den beruflichen Erfolg. Pass auf dich auf, Anna, und lass uns die Kommunikationswege offen halten. Du auch, John. Auf eine gute Kommunikation. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Prost auf eine klare und effektive Kommunikation. Lektion 20 Der Kunde erwähnte einige dietetische Einschränkungen. Anna, die Klientin, erwähnte einige dietetische Einschränkungen. Es ist uns eine Freude, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Absolut, John. Wir möchten sicherstellen, dass Sie eine komfortable und angenehme Erfahrung haben. Lassen Sie uns alle Details zu Ihren Ernährungsbedürfnissen zusammenstellen. Gute Idee, John. Wir müssen über Allergien, Vorlieben und spezielle Einschränkungen Bescheid wissen. Wir werden mit dem Kunden kommunizieren, um alle notwendigen Informationen zu erhalten. Und wir werden eng mit dem Küchenpersonal zusammenarbeiten, um geeignete Optionen zuzubereiten. Es ist wichtig, ein abwechslungsreiches Menü anzubieten, das auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten ist. Definitiv, John. Wir möchten, dass sich jeder einbezogen und zufrieden fühlt. Wir achten darauf, die Gerichte angemessen zu kennzeichnen und auf Allergien und Inhaltsstoffe hinzuweisen. Eine klare Kennzeichnung hilft dem Kunden, sich mühelos in den Optionen zurechtzufinden. Ihr Komfort und Ihr Vergnügen haben für uns oberste Priorität. Absolut, John. Wir sind hier, um Ihre Erfahrung in jeder Hinsicht unvergesslich zu machen. Pass auf dich auf, Anna, und lass uns sicherstellen, dass Ihre Ernährungsbedürfnisse gut berücksichtigt werden. Du auch, John. Lassen Sie uns ein fantastisches kulinarisches Erlebnis für unseren Kunden schaffen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Wir freuen uns, Ihren Ernährungsbedürfnissen mit einem Lächeln gerecht zu werden. Lektion 21 War das Wetter in letzter Zeit so düster? Anna, das Wetter war in letzter Zeit so düster, nicht wahr? Ja, John, es ist seit Tagen wolkig und trüb. Ich könnte wirklich etwas Sonnenschein gebrauchen, um mir den Tag zu versüßen. Hier auch, John. Sonnenlicht verbessert immer meine Stimmung. Es ist erstaunlich, wie ein bisschen Sonnenschein einen so großen Unterschied machen kann. Absolut, John. Sonnenschein ist in der Tat belebend. Ich liebe es, wie es Wärme und ein Gefühl der Positivität vermittelt. Es ist wie ein natürlicher Energie- und Glücksschub. Ich wünschte, wir könnten das ganze Jahr über sonnige Tage haben. Ich auch, John. Die Sonne hat eine magische Wirkung auf unser Wohlbefinden. Vielleicht sollten wir irgendwann einen sonnigen Kurzurlaub planen. Das klingt nach einer fantastischen Idee, John. Ein Urlaub voller Sonne und Entspannung. Mach's gut, Anna, und hoffen wir auf ein paar sonnige Tage. Du auch, John. Auf strahlende und fröhliche Tage. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Ein Hoch auf die Macht der Sonne. Lektion 22. Ich habe online ein tolles Paar Schuhe gefunden. Anna, ich habe online ein tolles Paar Schuhe gefunden. Sie sehen perfekt aus. Das klingt perfekt, John. Welcher Stil sind Sie? Es sind elegante schwarze Sneaker mit einem Hauch von Rot. Gute Wahl, John. Ich bin mir sicher, dass sie dir gut stehen werden. Ich werde vor dem Kauf nach Rabatten oder Sonderangeboten Ausschau halten. Gute Idee, John. Es ist immer klug, das beste Angebot zu finden. Und keine Sorge, ich werde nicht vergessen, sie vor dem Kauf anzuprobieren. Das ist wichtig, John. Du willst, dass sie bequem passen. Absolut, Anna. Ich sorge dafür, dass sie sich genau richtig anfühlen. Mach's gut, John, und viel Spaß bei der Schuhjagd. Du auch, Anna. Danke für den Rat. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Viel Glück bei der Suche nach deinen perfekten Schuhen. Lektion 23. Bemühen wir uns, die Verwendung von Plastiktüten zu vermeiden. Anna, lass uns versuchen, Plastiktüten zu vermeiden. Tolle Idee, John. Wir können stattdessen unsere wiederverwendbaren Taschen mitbringen. Es ist eine innovative Methode, um unsere Umweltbelastung zu reduzieren. Absolut, John. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Müssen wir sonst noch etwas mitnehmen, wenn wir einkaufen gehen? Wir sollten ein paar Netzbeutel für lose Produkte mitbringen. Exzellenter Vorschlag, Anna. Das hilft uns, Plastikverpackungen zu vermeiden. Und vergessen Sie nicht unsere wiederverwendbaren Wasserflaschen. Lassen Sie uns auch einen wiederverwendbaren Strohhalm in unseren Taschen aufbewahren. Guter Anruf, Anna. Sag Nein zu Einweg-Trinkhalmen. Pass auf dich auf, John, und lass uns umweltbewusste Käufer sein. Du auch, Anna. Gemeinsam können wir etwas Positives bewirken. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Prost auf eine grünere Zukunft. Lektion 24. Wie viel kostet es pro Nacht? Anna, ich denke darüber nach, ein Hotel für unsere bevorstehende Reise zu buchen. Wie viel kostet es pro Nacht? Es sind 150 pro Nacht für ein Familienzimmer, John. Das ist ziemlich vernünftig. Beinhaltet es zusätzliche Annehmlichkeiten? Ja, John. Das Hotel bietet kostenloses Frühstück und Zugang zum Pool. Das ist ein netter Bonus. Wir können unseren Tag mit einem guten Essen beginnen und am Pool entspannen. Genau, John. Es wertet unseren Aufenthalt auf, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Gibt es Rabatte für längere Aufenthalte? Lass mich nachsehen, John. Ja, Sie bieten einen Rabatt von 10% für Buchungen von 5 Nächten oder mehr. Das ist fantastisch. Wir sollten auf jeden Fall in Betracht ziehen, länger zu bleiben, um den Rabatt zu nutzen. Einverstanden, John. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas Geld zu sparen und unseren Urlaub zu verlängern. Kümmere dich um die Buchung, Anna, und freuen wir uns auf einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt. Du auch, John. Ich werde die Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Danke für deine Hilfe. Lektion 25, ich denke daran, gegen 14 Uhr hinzugehen. Anna, ich denke darüber nach, gegen 14 Uhr hinzugehen. Funktioniert das für dich? Klar, John. 14 Uhr funktioniert gut für mich. Wo willst du hin? Ich dachte, wir könnten die neue Kunstausstellung in der Innenstadt besuchen. Das klingt interessant, John. Ich habe immer Lust auf etwas Kunst. Großartig! Wir können die neuesten Werke erkunden und ein kulturelles Erlebnis haben. Ich bin dabei, John. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Kreativität schätzen. Danach können wir einen Kaffee trinken und unsere Lieblingsstücke besprechen. Perfekter Plan, John. Kunst und Kaffee bilden eine herrliche Kombination. Ich bin begeistert. Wir sehen uns um 14 Uhr, Anna. Wir sehen uns dann, John. Ich freue mich darauf. Lektion 26, es ist schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Anna, ich wollte dir vorhin für deine Hilfe danken. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Du bist willkommen, John. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Unterstützung. In der Tat ist es beruhigend, jemanden für uns da zu haben. Absolut, John. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Es bedeutet mir sehr viel. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich bin dankbar, Sie als Freund und Kollegen zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, John. Das machen wir zusammen durch. Pass auf dich auf, Anna, und lass uns uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Du auch, John. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Anna. Prost auf Teamwork und Freundschaft. Lektion 27, wissen Sie, wo ich einen Reiseadapter kaufen kann? Entschuldigung, Anna. Wissen Sie, wo ich einen Reiseadapter kaufen kann? Sicher, John. Gleich um die Ecke ist ein Elektronikladen. Das ist praktisch. Ich werde dort hingehen und es mir ansehen. Gute Idee, John. Sie sollten eine Vielzahl von Adaptern zur Auswahl haben. Ich hoffe, Sie haben einen, der zu den Steckern an meinem Zielort passt. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Bitten Sie bei Bedarf einfach das Personal um Hilfe. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Danke für die Information, Anna. Du bist willkommen, John. Lass es mich wissen, wenn du weitere Hilfe brauchst. Ich weiß es zu schätzen. Ich sehe dich später, Anna. Wir sehen uns später, John. Viel Glück bei der Suche nach Reiseadaptern. Lektion 28. Ich habe darüber nachgedacht, mein berufliches Netzwerk zu erweitern. Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein berufliches Netzwerk zu erweitern. Networking ist wichtig, deshalb trete ich relevanten Branchengruppen bei und nehme an Konferenzen teil. Das ist ein großartiger Plan, John. Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten. Genau, Anna. Es hilft uns, mit gleichgesennten Fachleuten in Kontakt zu treten. Sie werden Leute treffen, die Einblicke teilen und an Projekten zusammenarbeiten können. Es ist auch eine fantastische Möglichkeit, über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut, John. Konferenzen bieten wertvolle Lern- und Netzwerkmöglichkeiten. Ich werde sicherstellen, dass ich mich aktiv engagiere und sinnvolle Verbindungen aufbaue. Das ist der Geist, John. Denken Sie daran, auch Kontaktinformationen auszutauschen. Guter Punkt, Anna. Nachverfolgung nach Netzwerkveranstaltungen ist entscheidend. Pass auf dich auf, John, und genieße es, deinen Berufskreis zu erweitern. Du auch, Anna. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Viel Glück bei Ihren Netzwerkbemühungen. Lektion 29, ich glaube, ich brauche Zwischenüberschriften, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Anna, ich habe meinen Bericht überprüft und ich glaube, ich brauche Zwischenüberschriften, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Das ergibt Sinn, John. Zwischenüberschriften können Ihnen helfen, Ihre Inhalte zu organisieren und zu strukturieren. Genau, Anna. Es wird den Lesern das Navigieren und Verstehen erleichtern. Sie können beschreibende Zwischenüberschriften verwenden, um die wichtigsten Punkte hervorzuheben. Das werde ich einbauen. Das wird die allgemeine Lesbarkeit des Berichts verbessern. Tolle Idee, John. Es zeigt Ihre Liebe zum Detail und Professionalität. Danke, Anna. Ihr Beitrag ist immer wertvoll. Ich helfe gerne, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Ich weiß es zu schätzen. Ich sehe dich später, Anna. Wir sehen uns später, John. Viel Glück mit deinem Bericht. Lektion 30 Ich muss jetzt in den Laden. Anna, ich muss jetzt in den Laden. Vergiss deine wiederverwendbaren Taschen nicht, John. Oh nein, ich habe sie zu Hause gelassen. John, wir können immer eine Lösung finden. Du hast recht, Anna. Ich werde hier schnell denken müssen. Vielleicht kannst du einen Nachbarn fragen, ob er Ersatztaschen hat, die du dir ausleihen kannst. Das ist eine gute Idee. Ich klopfe an ihre Tür und sehe, ob sie helfen können. Toller Plan, John. Denken Sie daran, es geht nur darum, Einwegplastik zu reduzieren. Absolut, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich beim nächsten Mal besser vorbereitet bin. Das ist der Geist. Jede kleine Aktion macht einen Unterschied. Du hast recht, Anna. Ich werde mehr auf meine Umweltbelastung achten. Das ist der richtige Weg, John. Hab einen erfolgreichen Einkaufsbummel. Danke, Anna. Ich treffe dich später. Pass auf dich auf, John. Bis bald.